Wir Sozialdemokratinnen stehen für ein Wien mit Zukunftsvisionen. Wiener Frauenpolitik bedeutet, mutige Lösungen zu finden und offen für Neues zu sein. Bleiben wir nicht länger in alten gesellschaftlichen Mustern verhaftet, nur weil etwas immer schon so war. Frauen müssen in unserer Gesellschaft die gleichen Chancen und Möglichkeiten wie Männer haben. Und das nicht erst morgen, sondern jetzt. Damit wir das Leben leben können, das wir leben möchten. Wir Frauen schreiben unsere Zukunft. Jetzt bist du in der Reihe. Was erwartest du dir von deinem Wien, von deiner Stadt der Zukunft? Zu Altersarmut ist bei Frauen ein ganz besonders großes Thema. Darum finde ich es wichtig, dass man Maßnahmen setzt, um arbeitslose Frauen über 50 in Jobs zu bringen. Das ist das beste Mittel, um in der Pension nicht von Armut betroffen zu sein. Das ist das beste Mittel, ein ganzраж Training. Bis zum nächsten Mal.